Kann man mal russchucken? So, Skyram, ich merke jetzt gleich aus. Kein Kronos, in den Kronos, irgendwie nicht drauf. Vom Kronos und Schmack, Tricumat, Fischlake, Wenn es nicht war, Alltay. Kronos, Kronos. Zitzen Ich komme noch weiter runter. Weihnachtsmann! Super! Hilf er den Weihnachtsmann! Hilf er! Wenn man hier so runter fliegt, und welche Botschaft du hast! Herrlich! Ich bin so froh, dass endlich die Weihnachtszeit kommt. Auch wenn dieses Jahr alles kopfüber steht, wie man bei uns sieht. Alles ist bei uns kopfüber. Aber ich denke, wir machen das Beste draus für alle hier. Und für dich ist es doch auch toll, zumindest diese glücklichen Kinder zu sehen für einen kurzen Moment, oder? Das ist das Allerschönste heute. Kinder lachen, das ist doch die allerschönste Bezahlung, die man sich überhaupt vorstellen kann, oder nicht? Und man hat ja auch hier eine prominente Hilfe. Selbstverständlich! Wir helfen uns immer gegenseitig. In der aktuellen Zeit noch mehr als sonst. Sonst sind wir gute Truppe. Und mit der Aktion heute unterstützen wir natürlich die Kinder hier, die vielleicht nicht ganz so schöne Weihnachten wie sonst haben. Aber mit der Aktion wollen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass zumindest das Lächeln auch über die tolle Weihnachtszeit auch zu Zeiten Corona auf jeden Fall Bestand hat und so bleibt. Und selbst Darth Vader hat ein Herz heute. Auf jeden Fall. Und ich denke, wenn wir alle zusammenhalten, dann überstehen wir auch diese Zeit. Genau. Gemeinsam sind wir stark. Und so bleibt das auch. Gemeinsam sind wir stark. Und wir halten zusammen. Möge die Macht mit uns sein. Super. Danke. Ein Satz vielleicht noch irgendwie. Wie schwierig war das da, sich da gerade abzuseilen? Und was ist dem Nikolaus gerade passiert? Hingst du da wirklich fest, Nikolaus? Nein, ich hing natürlich überhaupt nicht fest. Ich habe gewartet, ich habe ein paar Faxen gemacht, das gebe ich gerne zu. Aber ansonsten ist das für uns natürlich überhaupt nicht schwierig. Wir sind sehr geübt in solchen Aktionen. Und wir machen sowas gerne. In eurer Freizeit, ne? Ja, genau. Das ist heute unsere Freizeit. Wir haben Dienst gemacht in der Gruppe, wie es jetzt auch hier ist. Und haben uns natürlich einheitlich gleich dazu entschieden, bei der Aktion, als es bekannt wurde, dann einheitlich gemeinsam die Aktion mit zu begleiten. Und freuen uns auch natürlich, das in unserer Freizeit so zu gestalten. Weil wir leben für unseren Job. Wir leben für das, was wir machen. Und das ist super. Kannst du noch mal beschreiben, wie es sich da oben angefühlt hat? Noch mal bitte einmal. Was du dich auch gesagt hast. Wie gesagt, das gehört zum normalen Job des Nikolauses. Frei im Raum zu schweben. Mit Unterstützung von Superman. Auch das ein Hauptjob von ihm. Frei im Raum sich bewegen zu können. Ein herrliches Gefühl. Ich kann das nur jemandem ans Herz legen. Wer da einmal reinschnuppern kann, immer machen. Ein wunderbares Gefühl. Jetzt ist das Kinderlachen angefühlt für Sie. Jetzt sind die Runterseite, die Kinder lachen, freuen sich. Trotz der schweren Krankheit. Das Kinderlachen, was wir heute bei einigen Kindern ins Gesicht zaubern konnten. Wie schon gesagt, das ist das Schönste für uns. Das ist der einzige Grund, warum wir das heute gerne machen wollten. Weil im Lockdown geht es den Kindern hier noch schlechter als sowieso schon. Und wenn man dann gemeinsam den Kindern einen so schönen Tag bereiten kann, dann ist jeder von uns gerne bereit dafür. Habt ihr selber Kinder? Ja. Alle? Nein. Aber trotzdem freut man sich natürlich, wenn man genau den Kindern auch schon lächeln. Auch als Nicht-Elternteil ins Gesicht zaubern kann. Von dem her sind wir, glaube ich, mit der Aktion alle glücklich. Ob mit oder ohne Kinder. Kinder glücklich zu sehen ist einfach toll. Wo bleibst du? Das Bildnetz ist leer. Wie ist das Gefühl gewesen und warum macht ihr das? Ich mache das, weil ich 2012 selbst hier im UKE gelegen habe auf der Leukämie-Station. Und seitdem jedes Jahr bei Rudern gegen Krebs mit mache vom UKE Ettendorf an der Außenalster. Und dieses Jahr durch Corona habe ich gedacht, das lassen wir uns nicht nehmen. Dann laufe ich los und hole Sponsoren trotzdem rein. Und durch Zupall haben wir uns getroffen, als wir unsere neuen Kostüme anprobiert haben. Ja. Und dann haben wir uns zusammengetan. Super. Ja, also für uns Feuerwehrleute, unser Zweitjob, wir sind ja alle bei der Berufsfeuerwehr. Das hier ist ja unser eigentlicher Hauptjob. Und für uns lachende Kinder, muss man ganz ehrlich sagen, im Einsatz immer das Schönste und gleichzeitig auch mit das Traurigste, wenn denen dann irgendwas passiert und die halt leider irgendwie erkrankt sind oder verunglückt oder sonst was, ist immer schwer für uns. Deswegen freuen wir uns immer, wenn wir die Möglichkeit haben, Kindern ein Lächeln schenken zu können. Und dass alles vielleicht ein bisschen, bisschen besser ist, als es vorher war. Und das hat geklappt, die haben alle gelächelt. Und da ist, also es gab keine Frage für jeden von uns, dass wir sofort bei dieser Aktion mitmachen. Egal, welche Umstände da sind. Das macht jeder gerne. Und ja, deswegen sind wir auch gerne hier. Dann ist das Schrute ein bisschen schmaler. Da ist ja noch mal Tränen, weil ich da halt noch nicht im Hintergrund. Mach mal den Daumen runter, sonst was auf dem Gesicht. Okay, noch einmal. Hier, hier. Kann einer mit meinem Handy mal machen? Ja. Ja. Ja, Mario. Ja. Ja, aber wie.